Das ist das Intro von Hi-Blub-Blub, ja, Sensory kriegt sofort sein Like. Hat Sensory schon die 500.000 Aufrufe auf diesen Song? Ich glaube nicht, aber schön wärs. Sensory-Squally ist auf jeden Fall die meistgeklickte Runde in der JCC bis jetzt. Vielleicht wird er noch vom 16. vom Flow überholt, keine Ahnung, aber im Moment ist es halt Sensory-Squally. Ja, let's go. Sensory-Puff-Puppe. Ich feier seine Intros immer so hart. Yeah, ah, Setsumi, brrrr. Das war schon halt. Aber bei seinem neuen Song mit Cash-to-Squally bei Randall hat er das geilste Intro aller Zeiten gebracht. Ich hab noch dieses so ein geiles Intro gehört. Ba-ba-ba, Setsumi, äh, und so weiter, keine Ahnung. Gebt euch Randall von Cash-to-Squally und Sensory. Ohne Scheiß, dieses Intro. Ich feier es. Seht ihr das auch? Captain-Scherz-Keks? Also ja, ich kenn Captain Morgan, aber hier seh ich Captain-Scherz-Keks. Und im Hintergrund einer Packung Nudeln, da oben, ist natürlich auch ein sehr schönes Detail, wegen der Corona-Seife. Was da steht, weiß ich leider bis heute nicht. Kann mir das irgendeiner übersetzen, was da hinten steht? Schätz mal irgendwas auf Bulgarisch, weiß ich nicht. Oh, das ist so richtig geil wie der Rap. Vor allem, was man zu Sensory sagen muss, den kann man auf jeden Fall ernst nehmen. Bei ihm merkt man, dass es nicht einfach Image- Naja, vielleicht doch, aber trotzdem. Er wirkt halt auf jeden Fall so, als würde er das Leben, was er rappt. Und das feier ich. Locker zwei nur in meinem Pum und ich krieg nichts mehr auf die Kette. Steht der Bulle direkt vor mir, hält er besser seine Fresse. Denn er weiß, es wäre selbst noch, dass es zwei gegen 18. Wenn die Sonne nicht mehr scheint, sollte sich jeder hier in Acht nehmen. Also aufpassen, wenn die Sonne nicht mehr scheint, meine Freunde. So, mein erster Eindruck bei Sensory war tatsächlich, Alter, der Typ sieht aus wie der Sohn von Chisys und rappt wie 80. Ja, das war mein erster Eindruck. Naja, mit 80 würde ich ihn im Moment vielleicht höchstens vom Flow aktuell noch vergleichen, aber ansonsten nicht mehr wirklich. Oder? Kein Image, kann ich nicht vergleichen. Aussehen ist immer noch der Sohn von Chisys. Richtig so. Ja, Sensory fickt nur seine Freundin Ehrenmann dafür. Wir haben alles, was du brauchst, aufnehmen, alles, was du hast, genau aus diesem Grund verbringen. Das wird den Elektroschock-Walt auch richtig geil, finde ich. Und wir werden uns nie ändern wollen, einfach nur plus. Und ich wollte heute nicht klauen, doch ich seh deinen Schmuck. So, Sensory, Ehrenmann, er gibt nicht mit Lila Schein ab. Scheiß auf Lila, meine neue Lieblingsfarbe ist jetzt gelb. Brr, brr, brr. Das ist absolut geil. Ich feiere es immer noch von 18 Karat. Gelb ist ein absolut geiler Song. Sensory gibt mit seinen gelben Scheinen an. Halt die Fresse, Alter. Halt die Fresse, Alter. Und in ihren Puff aufgefegt, das ist sensory, der letzte Reddy, wuchs niemals zängt. Wir marschieren bei dir einen schon, alles klein. Wir marschieren bei dir einen schon, alles klein. Ist schon irgendwie lustig. Mal performt der mit T-Shirt mal oben ohne. Deine Freundin will gefickt, wir haben noch keine Zeit. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Denn die Puppe wird anscheinend in ihren Puff aufgefegt. Das ist sensory, der letzte Reddy, wuchs niemals zängt. Das war die Legende Sam's Reader, der kam ich ganz am Anfang, bevor ich das Video gesehen habe, wie es sich bei so einer Quali gehört.